Guten Morgen. Tja, puh. Ich bin jetzt wieder in einem Wald. In der Natur. Fünf Grad haben wir jetzt. Irgend so ein Hund bellt andauernd. Mal aufschneiden. Freimachen. Die ganze Nacht hat es geregnet. Und ja, es ist einfach. Ich habe wieder nachts aufgebaut. Mein Lager. Wir haben jetzt 7 Uhr. Ich habe einen richtigen Schmack auf Kaffee. Also, puh. Ja. Ich bleibe noch eine Stunde hier drin liegen. Was einfach hier so schön mollig warm ist. Wenn ich schon mal eine Ausrüstung angucke. Und das ringsherum ist alles blitzschnaß. Ja, aber. Geht raus. Es ist einfach hier. Auch bei 5 Grad. Ich schlafe in der Hängematte. Mit Underfield. Und das alles ist so. Ja, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Zimmermädchen, Kaffee bitte. Macht's gut. Nachher zeige ich euch den Aufbau von dem ganzen Nachts. Also, nachts habe ich gemerkt, dass ich unheimlich viele Schnüre verbrauche. Oder längere. Die ich am Tag nicht so gewartet habe. Papa.